Hoi Leute, hier ist der Pitbull. Wir sind jetzt auf dem Weg nach Hause. Wir haben es jetzt 23.19 Uhr und wir machen jetzt nach Hause. Jetzt sind wir hier wieder in keinem Zug drinnen. Draußen gehault wie Sau und hier drinnen ist es zu warm. Nein! Da ist jetzt mein Geburtstagskind. Da sitzt der, den kennt ihr auch. Da grüßt er mal Hallo sagen oder so. Mahlzeit. Mahlzeit? Okay. Gut. Auf jeden Fall machen wir jetzt nach Hause. Darum mein Schwiegerverordner. Waren wir hier in ja, in ja, in ja, in was? Zum anstoßen. Hier haben wir zum Scheiß. Auf jeden Fall. Heute wird nichts mehr kommen. Streamen-mäßig oder sonst irgendwas. Kommt dort nichts mehr. Ich habe dann endlich nach Hause gekommen. Äh. Ich wollte gerade die Eier treten. Sorry. Und da legen wir uns dann hin. Erstmal schön waschen. Nächste Station Dresden-Dobritz. Krass. Industrie- und Handelskammer. Auf jeden Fall geht es jetzt nach Hause und dann... Ausstieg. Ab links. Halt doch mal die Klappe! Und dann geht es ins Bettel. Ja. Dass du Bescheid wisst. Morgen wird es auf jeden Fall wieder einen Stream bringen. Aber heute einfach nicht. Kein Bock. Ich bin einfach kaputt. Ja. Habe ich denn eine Stromlocke? Ja. Ein bisschen. Ich habe meine Frau noch irgendwas zu sagen. Warst du nicht noch so? Ja. Also ich muss sagen, war ein paar Krusten. Ich muss los. Ja. Das ist so eine Sache, weil Frauen, die tun immer so alle krank werden. Gut Leute. Tschüss. Schlaft gut. Ciao. 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 Ciao.